Willkommen zum dritten Video unserer KI-Einstiegsreihe der Berufsschule 7. Wir wollen heute mal das erste neuronale Netz bilden und da wollen wir uns um das Oder-Gatter kümmern. Wie ich beim allerersten Video schon gesagt habe, das ist jetzt nicht wirklich ein neuronales Netz, das irgendwas lernt, aber wir können daran sehr, sehr schön die eigentlichen Ideen hinter den ganzen Algorithmen verstehen. Zielgruppe wie immer 12. Klasse Fachinformatiker und alle Interessierten. Als Fachinformatiker sollte uns dieses Bild ja bekannt sein. Wir haben das Oder-Gatter, wir haben zwei Eingangssignale, ein Ausgangssignal. Bei den Bezeichnungen habe ich mich jetzt so ein bisschen an den Bezeichnungen der neuronalen Netze der vorausgegangenen Videos orientiert, so dass wir hier 1 zu 1 das Mapping machen können. Ja, dann machen wir wie immer unsere Wertetabelle, dürfte jetzt auch keinen überfordern. Wir haben hier Eingangssignale 0 0, beim oder kommt hier die 0 raus, also 0 oder 0 gibt 0. Wenn mindestens ein Eingangssignal 1 oder auch beide Eingangssignale 1 sind, kommt hinten die 1 raus. Ja, das ist unser Oder-Gatter. Und das Ganze versuchen wir jetzt mit einem neuronalen Netz zu realisieren. Das ist zwar fachlich gesehen totaler Schwachsinn, weil wir können das sehr viel einfacher realisieren ohne neuronale Netze, aber bei diesem sehr simplen Beispiel können wir, wie gesagt, sehr einfach verstehen, wie das intern bei diesen neuronalen Netzen funktioniert. Und wenn wir das beim einfachen verstehen, haben wir auch eine Idee, wie es bei komplizierten neuronalen Netzen funktioniert, die wir eben nicht alternativ umsetzen können. So, wir haben unsere Eingangssignale x0, x1. Wir haben eine Funktion in unserem Neuron, das ist unser Worker-Neuron und das ist zugleich auch die Ausgabeschicht. Als Funktion setzen wir die Sigmoid-Funktion ein. Tangens hyperbolicus wäre für dieses Beispiel tatsächlich besser, aber wir können hier noch sehr schön die Notwendigkeit von einem Bias-Neuron sehen. Deswegen habe ich mich für Sigmoid entschieden. Und ja, jetzt haben wir diese beiden Gewichtungen, W1 und W0. Und um genau diese Gewichte geht es. Das ist das, worum diese ganze Lernerei dann später sich drehen wird. Welche Werte soll W0 und W1 sollen sie haben, damit das richtige Ergebnis rauskommt? Das ist eigentlich alles. Um das geht es bei dieser ganzen neuronalen Netzgeschichte. So, wir haben unser Ausgangssignal und ja, jetzt probieren es mal durch. Wir setzen einfach mal die 0 für x0 ein und die 1 für x1. Und wir wollen jetzt einfach gucken, was für ein Signal daraus kommt. Dafür müssen wir aber die Werte W0 und W1 bestimmen. Und wir haben jetzt noch keinen Algorithmus, das algorithmisch zu machen. Und wir haben jetzt sozusagen erstmal keine Ahnung, was wir da setzen sollen. Und ein mehr oder weniger probates Mittel ist schlichtweg probieren. Das ist jetzt, ja, kommt vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen komisch vor. Aber wir haben hier in der Tat auch so ein bisschen eine Analogie zur Natur. Diese ganze Evolution besteht ja größtenteils auch aus Versuchen, etwas anders zu machen und gucken, ob es gut oder schlecht ist. Und es gibt tatsächlich auch ein paar Verfahren, gerade wenn es darum geht, irgendwelche Spiele nachzuprobieren. Also wenn ihr mal in YouTube guckt, es gibt ein paar, die haben irgendwelche fahrenden Autos über neuronale Netze lernen lassen oder das Snake-Spiel habe ich mal irgendwo gesehen. Und da wird nichts anderes gemacht, wie man probiert mal ein paar Werte aus und versucht dann basierend auf besseren und schlechteren Ergebnissen da an der Stelle dann zu lernen. Also probieren ist ein mehr oder weniger probates Mittel. Für das Oder-Gatter eher nicht, aber wir werden einen Weg finden, das ich sag mal zumindest einigermaßen, dem ganzen einigermaßen wissenschaftlichen Anstrich zu geben. Aber davon später mehr. So, was machen wir jetzt? Wir probieren uns einfach mal die Werte 1, 1. Das ist alles. Wir gucken einfach mal W0 gleich 1, W1 gleich 1 und schauen, was rauskommt. Und nachdem wir das Ganze ja relativ einfach strukturiert haben, können wir das Ganze auch mathematisch nachvollziehen. Wir haben gesagt, dieses x, was wir in die Sigmoid-Funktion reinpacken, ist nichts anderes wie x0 mal W0 plus x1 mal W1. Also die Summe, diese gewichtete Summe der Eingangssignale. Und x0 war ja die 0, x1 war die 1. Also 0 mal 1 plus 1 mal 1 ist 1. Und diese 1 packen wir jetzt in die Sigmoid-Funktion rein. Also 1 und das Ergebnis, ja, es ist irgendwo bei 0,7 irgendwas in der Richtung. Jetzt kann man sagen, das ist jetzt nicht so doll. Ich habe einen sogenannten Fehler. Ja, ich kann sagen, der Fehler ist jetzt klein genug, dass es für mich akzeptabel ist. Das heißt, ich weiß, dass 0,7 näher an der 1 ist, also muss es in der Digitaltechnik die 1 sein. Oder ich kann sagen, nö, ich möchte da noch ein bisschen mehr an den Gewichten rumschrauben, dass wir an der Stelle näher an die 1 rankommen. Hundertprozentig genau wird es nie sein, weil die Sigmoid-Funktion nie exakt 1 sein wird. Sie wird beliebig nah rankommen, aber ganz exakt 1 wird es nie sein. Aber das ist halt nun mal so. Also wir haben hier keine reine Digitaltechnik, sondern das ist streng genommen stetig. Und da muss man mit solchen Fehlern leben. Gut, ja, dann haben wir hier mit unseren ersten Schritt schon mal getan. Wie setzen wir das Ganze um? Wir brauchen keine Hiddenschichten, haben wir gesagt. Wir haben ja das billigste, fast billigste neuronale Netz, was man sich vorstellen kann. Und insofern initialisieren wir unser neuronales Netzwerk mit dem Wert 0. Damit gibt es keine Hiddenschichten. Dann erzeugen wir unsere beiden Input-Neuronen. Ja, x0 und x1, das sind die Input-Neuronen. Und das Worker-Neuron ist das Output-Neuron. Und hier haben wir gesagt, dass wir Sigmoid haben wollen. Das war's. Mehr ist es nicht. Das ist unser neuronales Netz. Die Gewichte, die raten wir jetzt einfach mal mit 1 und gehen da entsprechend durch. Unser Input-Signal ist 0,1. Damit haben wir gearbeitet. Dann setzen wir die Werte. Wir sagen, wir brauchen ein Dense-Mesh, voll vernetzt. Gut, sieht jetzt nicht wirklich voll vernetzt aus, aber wir haben halt nur mal drei Neuronen. Und wir setzen die Input-Werte. Error-Handling dürft ihr jetzt hier nicht ansprechen, weil wir haben saubere Werte und wollen es dann ausgeben. Und wenn wir das Ganze jetzt durchführen, also das heißt, wir starten jetzt unser Programm, dann sehen wir ja unsere 0,7 irgendwas als Ergebnis. Also so, wie wir es tatsächlich manuell auch berechnet haben. Also insofern würde ich mal sagen, funktioniert es. Zur besseren Veranschaulichung habe ich jetzt mal so ein dreidimensionales Koordinatensystem gebaut, wo ich W0 und W1 hier in den Achsen unten hingeschrieben habe und nach oben unseren Aktivierungswert A. Also W0, W1, A-Graf, dreidimensional. Und das ist auch der Grund, warum ich einen Oder-Gatter jetzt verwendet habe, weil vierdimensional kann ich nicht zeichnen. Und das heißt, das, was ich optisch irgendwie darstellen kann, ist nichts anderes wie ein Neuron mit zwei Eingängen und einem Ausgang, weil mehr geht grafisch nicht. Gut, was habe ich gemacht? Ich habe W0 und W1 auf 1 gesetzt und dann berechnet, wo komme ich denn da raus. Und das ist genau dieser Wert in meinem dreidimensionalen Raum. Das ist sozusagen der eine Wert. Und was man jetzt machen kann, ist, man kann jetzt alle möglichen Kombinationen von W1 und W0 in einem gewissen Bereich, ich habe jetzt von Minus bis Plus 10, durchiteriert und alle Punkte mal aufgeschrieben. Das heißt, für die Situation X0 gleich 0, X1 gleich 1, alle Kombinationen von W0 und W1. Und was rauskommt, ist unding. Das ist jetzt sozusagen die grafische Darstellung aller möglichen W0, W1-Gewichte für mein neuronales Netz. Bei dem Eingangssignal X0 gleich 0, X1 gleich 1. Was ist da passiert? Wir setzen hier wieder X0 gleich 0, X1 gleich 1 ein. Und was dann rauskommt, ist nichts anderes wie 0 mal W0 plus 1 mal W1 ist gleich W1, weil W0 wird dann mit 0 multipliziert und fliegt raus. Das heißt, ich habe hier streng genommen die Sigmoid-Funktion in diese Achse. Das ist alles. Das heißt, diese Sigmoid-Funktion hat jetzt so ausgesehen. Gut, wir haben die Achsen jetzt umgedreht. Und das sehen wir einfach nur, dass wir die Sigmoid-Funktion hier abgebildet haben. Das ist alles. Recht straightforward. Also da steckt echt nichts dahinter. Das ist einfach nur die Sigmoid-Funktion in Richtung meiner W1-Achse. So, jetzt können wir da ein bisschen rumspielen. Wir können quasi einfach mal unsere Eingangswerte umdrehen. Und dann dreht sich natürlich dieser Graph auch entsprechend in Richtung W0-Achse um. Weil eben X0 gleich 1 ist und X1 gleich 0. Gleiches Spiel, nur um 90 Grad gedreht. Bei 1 haben wir das Ganze eben so um 45 Grad gedreht. Das ist an der Stelle auch relativ logisch, weil wir ja beide dann entsprechend gleich behandeln. Das heißt, das wäre jetzt der Graph für X0 gleich 1, X1 gleich 1 bei allen möglichen W1-W0-Kombinationen zwischen Minus und Plus 10. Bei X0 gleich 0 und X1 gleich 0 haben wir jetzt aber ein kleines Problem. Weil wir haben keine Änderung. Unsere Eingangssignale sind beide 0 und da kann ich mit meinen Gewichten nichts ausrichten. Das heißt, ich habe hier X gleich X0 mal W0 plus X1 mal W1. Das heißt, mein X ist 0. Immer, egal welches W ich setze, ist es immer der gleiche Wert. Das heißt, ich habe immer F von X ist gleich 1 durch 1 plus E hoch 0. Eine beliebige Zahl hoch 0 ist immer 1. Das heißt, mein Ergebnis ist an der Stelle immer 1,5. Immer, egal was ich mache. Und das ist schlecht. Das heißt, ich kann mein Ziel für X0 gleich 0, X1 gleich 0 als Ergebnis 0, also das A0 wird, gar nicht erreichen. Es gibt keine Kombination von W0 und W1, bei denen ich jetzt hier einen einigermaßen sinnvollen Ausgangswert in Richtung 0 erzeugen kann. Das heißt, da müssen wir uns was ändern. Hier haben wir ein kleines Problem. Das Ganze liegt natürlich hier an der Sigmoid-Funktion. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, die Tangens Hyperbolicus wäre hier eigentlich besser. Weil diese Tangens Hyperbolicus-Funktion, die würde mir tatsächlich für den Eingangswert 0 auch 0 liefern. Aber Sigmoid eben nicht. Da lande ich hier bei der 0,5. Also müssen wir was ändern. Was können wir hier ändern? Wir können folgendes tun. Wir können versuchen, unsere Sigmoid-Funktion zu verschieben. Oder streng genommen das Koordinatensystem verschieben. Und dieses Verschieben nennen wir Bias. Und damit sehe ich jetzt bei dieser dunkelroten Version des Graphen, dass ich bei x gleich 0 jetzt irgendwo bei der 0 gelandet bin. Also das ist sehr viel besser. Also ich habe es jetzt hier um circa 4 sowas nach links verschoben. Also minus 4. Und damit können wir auf jeden Fall schon mal was anfangen. Wie mache ich das? Wie setze ich das ein? Also in unserem vereinfachten neuronalen Netz packe ich jetzt einfach solche Eingangsneuronen rein, die ich fest mit 1 belege. Meine Input-Neuronen hatten ja den Initialisierungswert 1. Und die hänge ich jetzt hier einfach dran und verbinde sie einfach mit allen meinen Worker-Neuronen. Das ist eigentlich alles. Programmtechnisch tue ich mir aber leichter, wenn ich für jedes Worker-Neuronen einen eigenen Bias erzeuge. Das heißt, ich schiebe dir einfach so hin. Das wird dann bei den professionellen Bibliotheken ein bisschen anders sein. Da kann man ein bisschen mehr rumschrauben. Und ich mache das jetzt hier aber relativ einfach. Also so, dass ich möglichst wenig zu kodieren habe. Wie bauen wir das Ganze ein? Unser Input-Neuron ist nichts anderes wie ein festes, ein Eingangsneuron mit einem festen Wert 1. Und genau das verwende ich. Das heißt, wir nehmen einfach das Input-Neuron als Bias und verändern einfach unseren A-Wert nicht mehr. Fertig. Mehr ist es nicht. Gut, wie bauen wir es ein? Wir müssen jetzt hier noch ein bisschen rumspielen. Wir müssen noch ein bisschen rumfingern an unserer Kalkulation, weil es sind jetzt mehr Verbindungen entstanden. Wir haben jetzt unsere ganzen roten Verbindungen. Die müssen da jetzt mit rein, weil ich ja meine Gewichte noch weitersetzen muss und die Vermaschung eben auch realisieren muss. Dazu packe ich jetzt hier einfach ein Parameter rein und sage einfach mit oder ohne Bias. Und das ist auch wiederum eine Vereinfachung. Ich sage einfach nur, haben alle Bias oder keiner? Ja, das wird bei richtigen neuronalen Netzen auch ein bisschen feiner abzustufen sein. Aber für uns reicht es jetzt hier. Ich muss wieder eine Sonderregelung machen. Wenn meine Hidden Layer Size 0 ist, dann muss ich hier sozusagen die Extraburst einbauen. Und hier sage ich jetzt einfach, ich erhöhe die Anzahl der erwarteten Verbindungen und Gewichte um den Wert der Ausgangsneuronen. Weil für jedes Ausgangsneuron in dem Fall gibt es ja ein Bias, also drei Ausgangsneuronen, drei Bias-Werte, also drei neue Connections. Das ist alles. Für den Fall, wenn ich Hidden Layer habe, muss ich die Zahlen natürlich auch erhöhen. Und zwar einmal bei den Output-Neuronen. Also pro Output-Neuronen kommt ja ein Bias dazu. Das war wie für den Fall, dass wir keinen Hidden Layer haben. Und dann müssen wir natürlich durch die ganzen Hidden Layer durchiterieren. Holen uns da die Anzahl der Neuronen pro Hidden Layer raus und erhöhen einfach um diesen Wert die erwarteten Gewichtswerte. Und damit haben wir alle Working-Neuronen berücksichtigt. Und dort, wo die Connections gebaut werden, müssen wir uns natürlich genau um das Gleiche kümmern. Das heißt, wir haben hier auch wieder den Parameter, ob wir mit oder ohne Bias arbeiten wollen. Dann gehen wir erstmal auf den Sonderfall ohne Hidden Layer. Und hier fügen wir einfach eine Abfrage ein. Und wenn mit Bias true ist, dann geben wir für jedes Output-Neuronen oder geben wir dann entsprechend eine neue Connection hinzu, die eben links mit einem Input-Neuronen bestückt ist, das ja eben den Standardwert 1 hat. Für den Fall mit Hidden Layer gehen wir dann erstmal auf die ganzen Hidden Neuronen. Das heißt, wir gehen durch die kompletten Hidden Layer durch. Und jedes dieser Hidden Layer, jedes dieser Neuronen in diesem Hidden Layer bekommt eben auch eine eigene Bias-Connection. Und am Schluss dürfen wir natürlich die Output-Neuronen nicht vergessen. Die kriegen auch wieder ein Bias. Und damit haben wir sämtliche Working-Neuronen mit einem Bias hinterlegt. Und die Connections gehen ganz normal in die weiteren Berechnungen rein. Das heißt, da müssen wir uns jetzt nicht weiter darum kümmern. Das läuft jetzt genauso, als wäre es ein Input-Neuron. Der einzige Unterschied von dem Bias ist eben, dass wir die Werte, die da als A-Werte hinterlegt sind, einfach nicht mehr anpassen. Die bleiben schlichtweg 1. Und mit dem Gewicht jeder Connection können wir dann entsprechend den Einfluss von dem Bias dann steuern. So, ja, dann schauen wir uns mal an, was dieser Bias eigentlich für einen Effekt hat. Wir haben uns ja die Situation mit x0 und x1 gleich 0 angeguckt. Quasi der einzige Fall, in dem unser oder ein 0 ausgeben soll. Und das hat es ja eben nicht gemacht, als wir auf das Bias noch verzichtet haben. Und wenn wir das Bias jetzt hier einfügen, sehen wir, dass diese gesamte Fehlerkurve auf 0 bzw. die Ausgabekurve auf 0 geht. Das heißt, wir haben einfach nur unsere Ergebnissebene nach unten geschoben mit diesem Bias. Ich habe jetzt hier mal den Wert minus 4 gewählt. Auf die Werte werden wir dann beim nächsten Video nochmal kommen, wie wir auf die einzelnen Größen dann automatisch kommen können. Aber hier habe ich jetzt einfach mal einen Standardwert genommen. Dann gucken wir uns auch mal an, was jetzt mit den anderen Werten passiert, also mit den anderen Kurven. Wenn wir hier ein Bias dranhängen, also mit x0 gleich 0 und x1 gleich 1, hatten wir ja ohne den Bias diese Kurve. Und mit dem Bias schiebt sich das dann einfach nach hinten. Das ist ja genau das, was wir eben bei dem Graphen gesehen haben von unserem Sigmoid. Das ist genau das, was wir eben auch vorhatten. Einfach die Kurve etwas in eine Richtung schieben. Dann gilt das natürlich auch für die um 45 oder um 90 Grad gedrehte Kurve, also für x0 gleich 1 und x1 gleich 0. Das schiebt sich dann hier auch einfach um einen Bias-Wert rüber. Und hier bei unserem x0 gleich 1 und x1 gleich 1 entsprechend auch. Das heißt, wir haben hier ohne Bias und hier mit. Das ist eigentlich alles. So, als nächstes müssen wir uns jetzt noch ein bisschen konzeptioneller mit dieser Problematik beschäftigen. Und zwar, ich würde gerne von diesen Gewichtswerten nicht das Ergebnis mir anschauen, sondern den Fehler. Das heißt, ich weiß ja, welchen Wert ich erwarte. Ich weiß, dass wenn x0 gleich 1 ist und x1 gleich 1, dann erwarte ich als Ergebnis die 1. Und jetzt kann ich einfach durch eine stinknormale Subtraktion feststellen, was ist denn oder wo ist denn der Fehler am geringsten? Ja, das heißt, mein Fehler, ich habe jetzt hier mal klein e, manche nennen ihn Epsilon. Die Buchstaben, je nachdem welches Buch man in der Hand hat, variieren hier ein bisschen. Ich sage jetzt einfach, mein e ist a soll, wird manchmal auch mit a dach bezeichnet, minus a ist. a ist ist genau dieser blaue Graph, den wir hier sehen. Je nach w-Einstellung ist es mal 1, mal 0, mal irgendwas dazwischen. Und a soll für diesen Fall ist immer die 1. Das heißt, hier an der Stelle ist unser Fehler 0 bei unserem Ergebnis, tatsächlich irgendwo bei 1, das ist nicht ganz 1, aber ich nehme das jetzt hier mal nicht so genau. Das heißt, hier ist unser Fehler 0. Und an dieser Stelle ist der Fehler 1. Weil ich erwarte eigentlich für die Eingangswerte 1,1 ein Ergebnis von meinem Oder-Gatter 1. Ich bekomme aber in meinem blauen Graphen hier die 0. Das heißt, der Fehler ist 1, weil logischerweise 1 minus 0 ist 1. Wenn ich das Ganze jetzt grafisch aufzeichne, also nicht mehr meinen Aktivierungswert aufzeichne, sondern meinen Fehlerwert aufzeichne, dann invertiert sich das natürlich. Das heißt, hier links, wo wir vorher den Fehler 0 hatten, haben wir jetzt hier tatsächlich in unserem blauen Graphen die 0. Und rechts, da wo unser Ergebnisgraf so ein bisschen nach unten gegangen ist, ist er jetzt 1. Einfach nur diese Formel rechts unten angewendet. Und das Ganze können wir jetzt für die anderen auch machen. Also schauen wir uns mal die x1 gleich, oder x0 gleich 1, x1 gleich 0 an. Dann sieht das Ganze so aus. Für 0,1 sieht es so aus. Und für 0,0 sieht es so aus. Also das wären jetzt meine vier Fehlerfunktionen für jeweils eine Eingangskombination. Das sind alle vier möglichen Eingangskombinationen unseres Oder-Gatters. Und ideal wäre es, wenn ich genau an diesen Punkt hinkommen würde, weil genau hier ist für alle meine vier Graphen der Fehler 0. Das heißt, das wäre eigentlich mein Ziel, wenn ich meine beiden Gewichte W0 und W1 genau auf diesen Wert hier einstellen würde. Also W0 irgendwie, sagen wir mal 7, 8, 9, 10, irgendwas in dem Bereich. Und W1 genauso. Dann würde ich genau an dieser Stelle landen. Und dann hätten alle meine vier Graphen den Wert 0. Als Fehler 0. Das heißt, das sind eigentlich die Werte, die ich suche. Jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen pimpen, indem ich einfach sage, ich möchte jetzt nicht vier Verlustfunktionen haben, sondern nur eine. Das heißt, ich suche den summierten Fehler. Und da gibt es jetzt hier so eine Formel für den mittleren quadratischen Fehler. Und was man jetzt macht, ist, man quadriert alle drei Fehler, also E00, 01, 1011, damit diese Aufhebungseffekte einfach ausgeschlossen werden. Also ich möchte nicht, dass bei der einen Funktion der Fehler plus 1 ist, bei der anderen Funktion der Fehler minus 1. Und wenn ich die zusammenzähle, kommt 0 raus. Das wäre ja falsch, weil beide ja fehlerhaft wären. Also quadriere ich sie und dann würden diese Aufhebungseffekte einfach rausgeschmissen werden. Weil wenn ich bei dem einen plus 1 habe, bei dem anderen minus 1, ich quadriere beide, kommt bei beiden plus 1 raus. Und der summierte Fehler wäre dann 2. Und das ist hier einfach eine mögliche Fehlerfunktion oder man nennt es auch Verlustfunktion, die ich anwenden kann. Es gibt noch andere. Aber wie gesagt, uns geht es ja hier nur darum, dass man grundsätzlich mal versteht, was macht denn so eine Fehler- oder Verlustfunktion. Und das können wir hier eben mit diesem mittleren quadratischen Fehler am besten uns anschauen. Also einfach die Hälfte des Quadrats nehmen wir hier für alle vier. Da können wir das noch ein bisschen umstellen, ein bisschen mathematischer darstellen, dass ihr sagt, okay, das ist ein halbmal die Summe meiner Ens. Und En ist jetzt E00, 01, 10 und 11. Also dieses Summenzeichen ist einfach ein mathematisches Kürzel sozusagen. Sollte uns jetzt aber nicht mal weiter stören. Genau diese Funktion wollen wir uns jetzt aber anschauen. Die sieht jetzt grafisch so aus. Also wir haben ja gesagt, hier unten wollen wir hin, weil hier alle vier Verlustfunktionen, also für alle vier Eingangskombinationen, die Verlustfunktion minimal ist. Und hier bei diesem quadratischen Mittelwert haben wir das eben alles zusammengepackt. Und dann sehen wir hier an der Stelle ist es tatsächlich minimal. Das war ja zu erwarten. Und ich sage jetzt mal ungefähr W0 gleich 10, W1 gleich 10. Und wie gesagt, ich habe eigentlich ein bisschen geschummelt. Ich habe nämlich diesen W2-Wert, also das Gewicht von meinem Bias, habe ich einfach festgelegt mit minus 4. Idealerweise hätte ich den jetzt hier in die Grafik auch noch mit reingepackt, aber ich habe nur drei Achsen. Ich kann nur sagen, ich gucke mir W0, W1 und das Ergebnis an. Wenn ich jetzt hier noch ein drittes Eingangssignal hätte, bräuchte ich ein vierdimensionales Konstrukt. Und das kann ich grafisch einfach nicht darstellen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal gesagt, ich packe mein Bias auf minus 4 und gucke mir jetzt nur mein W0 und W1 an. So, und damit wären wir jetzt eigentlich fertig. Also mit diesen drei Gewichtswerten 10, 10 und minus 4 würde sich jetzt tatsächlich mein neuronales Netz genauso verhalten wie ein Oder-Gatter. Die werden nicht exakt so, weil ich habe immer so ganz kleine Fehler, aber die wären in einem Bereich, wo man sagt, das kann man akzeptieren. Aber das Blöde an der ganzen Geschichte ist, ich habe das jetzt durch Probieren hingekriegt. Also ich habe hier ganz mühsam irgendwelche Grafiken aufgebaut und was ich gerne hätte, wäre ein Algorithmus, mit dem ich das Ganze automatisch machen kann. Das heißt, wenn ich das jetzt hier mit diesen zwei Dimensionen automatisch oder zwei Gewichtsfunktionen automatisch hinkriege, kann ich es auch bei 100.000 hinkriegen. Und genau darum wird es jetzt im nächsten Video gehen, wie wir bei so einem Oder-Gatter die Grafiken oder die Gewichte automatisch berechnen können. Ja, und das wäre dann sozusagen die erste Lernregel, die wir beim nächsten Video machen. Das ist noch nicht die voll ausgeprägte Backpropagation-Methodik, aber es wird die sogenannte Delta-Lernregel sein. Aber damit kommen wir schon mal relativ weit, weil das brauchen wir, um dann später auch die Backpropagation verstehen zu können. Also bis zum nächsten Video.